Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11211 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dehnen kann dazu beitragen, Verspannungen und Steifheit der Muskeln zu verringern, insbesondere nach längeren Phasen des Sitzens. Passen gelbe Blumen zu meinem Typ oder sollte ich eine andere Farbe wählen? Passen gelbe Blumen zu meinem Typ oder sollte ich eine andere Farbe wählen? Passen gelbe Blumen zu meinem Typ oder sollte ich eine andere Farbe wählen? Wie kommen die ganzen Termine in meinen Kalender? Das schaffe ich nie an einem Tag. Wie kommen die ganzen Termine in meinen Kalender? Das schaffe ich nie an einem Tag. Wie kommen die ganzen Termine in meinen Kalender? Das schaffe ich nie an einem Tag. Wenn es ums Lernen geht, ist das Einfache oft das Beste. Diese Entscheidung habe ich schon früh getroffen. Wie beurteilen Sie Ihren Zahnersatz? Wie beurteilen Sie Ihren Zahnersatz? Wie beurteilen Sie Ihren Zahnersatz? Mit dieser Brille habe ich die Möglichkeit, Erfahrungen in einer völlig neuen Welt zu sammeln. Ich bin für die Qualitätskontrolle in unserem Unternehmen zuständig. Ich bin für die Qualitätskontrolle in unserem Unternehmen zuständig. Ich bin für die Qualitätskontrolle in unserem Unternehmen zuständig. Die Kapsel ist in Ordnung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Unde ein Like. Ihr könnt mir auf. Ihr bekommt etwas zu nerven. Vielen Dank.